Jawohl! Wir kommen zu den letzten Sekunden in der Super League 3.0 Expert Verwerbs hier bei der Internationalen Gaming Convention! Es steht unentschieden und es sind nur noch Sekunden zu spielen! Wer wird gewinnen? Luther muss das Auge Litz in Bergströmsen oder? Hext! Nicht dieses Mal von Litz in Bergströmsen! Spieler und Spielerinnen, wir haben einen Gewinner! Hext will! Yeah! Hack, wir wissen alle, auf was du hingespielt hast! Den großen Preis! Du darfst mit deiner echten Lieblingsmannschaft der Super League zu ihrem nächsten Spielreise und mit den Stars zusammenkommen! Also, Hack, welches Team willst du es wählen? Äh, äh, ähm, äh... Ich nehme die... Superstrikers! 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 Boah! Wo ist der Coach? Der kommt doch nie zu spät! Insbesondere, wenn er uns immer und immer und immer wieder sagt, wie wichtig dieses Spiel ist! Komm schon, komm schon! Ich werde Elmar Tadoy über sein Tor letztes Jahr beim Super League Finale ausfragen und Big Bo über sein Trainingsprogramm und Shakes über... Verlier das nicht! Da ist ein Ticket für das große Spiel drin! Jungs, das ist... das neueste Teammitglied! Hack! Schön, ich kann zu lernen! Wie geht's? Der Gaming Champ! Willkommen an Bordmann! Oh! Ah! Sensei Doragiri! Unsere Vorbereitung auf die Superstrikers läuft gut. Ich bin sicher, dass wir sie nicht enttäuschen werden! Es ist gut zuversichtlich zu sein, Mikuchen, aber bei den Superstrikers und ihrem Coach ist nichts sicher. Verdoppelt eure Bemühungen. Ja, Sensei, war agiert. Es ist gut zuversichtlich zu sein, aber es ist besser sicher zu sein. Shakes, willst du Super League 3000 X spielen? Du darfst auch mal. Willst du, Shakes? Hä, willst du? Ich spiele schon in einem Super League Spiel. In der echten Super League. Mit echten Leuten, die einem Ball hinterherjagen. Nun, im echten Leben steckt ihr in großen Schwierigkeiten, Mann. Nakama ist echt groß derzeit. Sie werden sagen, hi Superstrikers, habt ihr Lust heute zu verlieren? Oh, mieser Kleiner. Nakama ist zu einem bemerkenswerten Team geworden. Sie nutzen häufig ungewöhnliche Taktiken. Ihr werdet Augen und Ohren offen halten müssen. Inspiration kann von den unterschiedlichsten Orten kommen. Ich habe schon oft gegen Nakama gespielt, aber das letzte Level habe ich noch nie geschafft. Sie haben diesen irren Zug drauf. Und dann habe ich links, links, dann rechts und gleichzeitig X, aber... Merk, wir haben ein sehr großes Spiel für uns. Bitte. Ich weiß, ich sage es Ihnen. Moment, lassen Sie mich noch kurz dieses Spiel speichern. Also mit Nakama ist das so. Hä? 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 Oh. Hm. Hm. Ich fahre direkt ins Trainingssektor. Fahrt ihr erstmal ins Hotel und dann geht es zum Training. Park. Hm. �H? Hm. Äh. Äh. Hm. 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 Whoa. 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 Oh. Hey, schau mal. Dieses Kind ist besessen. Absolut, Mann. Ehe man sich versieht, kennt er nicht mal den Unterschied zwischen dem Spiel und der Realität. Super League 3000X ist das fortgeschrittene Konsolenspiel seiner Art. Die individuellen Züge eines jeden Spielers wurden durch Bewegungserfassung nachgeahmt. Wir müssen zum Training. Und die Strategien der Teams wurden aus unzähligen Spielen erfasst. Wisst ihr? Alles. Das ist ein ihres Spiel. Ihr solltet es auch mal versuchen. Juhu. Haha. Was soll's? Hm. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Das sieht dem Coach nicht ähnlich. Ja. Wir können nicht den ganzen Tag lang Übungen machen. Wir müssen Coach Strategie für Nakama kennen. Hat er nicht gesagt, dass er direkt herkommt? Hat er keine Nachricht geschickt? Hä? Hä? Das ist vom Coach. Hey Jungs, ich bin zum Angel rausgefahren. Vielleicht komme ich zum Spiel zurück. Vielleicht auch nicht. Egal. Hä? Scheint nicht wie eine Nachricht vom Coach, oder? Ich denke, das ist eine Aufgabe für die Polizei, Mann. Ich möchte ein Spiel spielen. Nicht das schöne Spiel. Eine andere Art Spiel. Wer sind Sie? Nein, 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 nein. Sie stellen hier nicht die Fragen, Coach. Ich habe hier das Sagen. Okay. Worüber haben Sie das Sagen? Über, äh, Dinge. Hm. Die Spielstrategie vom Coach ist ein heiß umstrittenes Thema in der Sportwelt. Seine Expertise und taktische Planung wird im Spiel gegen die Nakama die wichtigste Waffe des Superstrikers sein. Was ja wirklich mega wäre, wenn der besagte Mann nicht unentschuldigt fehlen würde. Wir müssen Blitz spielen, Mann. Als Zeichen des Respekts müssen wir vielleicht aufgeben. Die Polizei hat ihre besten Männer auf den Fall angesetzt. Wir spielen für den Coach und wir werden es gewinnen. Heck hat Nakama geschlagen. Hä? Heck hat Nakama geschlagen. Hä? Ja, und? Wo ist Heck? Shakespeare, Mann. Heck ist weg. Was? Woher weißt du das? Auf diesem Zettel steht, ich bin weg und komme nicht wieder. Aber er hat sein Spiel liegen lassen. Vielleicht war er in Eile. Wir haben nicht gerade dafür gesorgt, dass er sich wohlfühlt, Shakespeare, Mann. Warum wollt ihr plötzlich Heck zurückhaben? Mann? Ich glaube, er weiß, wie wir das Nakama-Spiel gewinnen können. Ich möchte ein Spiel spielen, Coach. Was ein Spiel wollen wir spielen? Vielleicht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Es beginnt mit... Ihnen. Ja? Mit Ihnen. Uragiri. Moment, ich bin nicht Uragiri. Bester Coach der Welt. Uragiri. Es ist Zeit, mich freizulassen. Nein, wenn ich Uragiri wäre, dann könnte man auch... Sehr anstrengend, Uragiri. Okay, ich habe es mir anders überlegt. Ich gehe. Und Sie amüsieren sich hier. Für immer. Hey! Kommen Sie zurück! Uragiri, lassen Sie mich frei! Ja! 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 Man, du lässt mich uncool dastehen. Ich habe einen Ruf zu verlieren, Mann. Wah! Warum tust du mir das an? Ich brauche dieses Gesicht! Shakes! Was bringt das? Ich brauche nur etwas Zeit, um das hinzukriegen. Wie soll uns das gegen Nakama helfen, Shakes, Mann? Ich denke, wenn ich dieses Level schaffe, kann ich herausfinden, was Nakama morgen für uns auf Lager hat. Oh! 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 Links! Rot! Dreieck! Null! Grün! Rechts! Grünes X! Tor! Super-Splikern! Du sagst es, Meg! Ja! Diese Taktiken und Züge sind so echt! Nakama steckt in Schwierigkeiten! Du sagst es, Max! Superstrikers! Du sagst es, Max! Ich kann Nakama schlagen! Ich kann Nakama schlagen! Level 1 abgeschlossen. Superstrikers sind nun in Level 2 von 250. 220 Level? Wir müssen Hack finden. Aber wie? Mann! Warst du die ganze Nacht auf und hast gespielt? Dein verantwortungsloses Verhalten schockiert mich, Kumpel! Ich habe es rausgefunden! Hack hat alle 250 Level gegen Nakama geschafft! Er kennt ihre komplette Taktik! Wenn wir ihn finden, haben wir eine Chance! Das ist nicht der richtige Zeitpunkt! Der Coach steckt in echten Schwierigkeiten! Heute Morgen habe ich das bekommen! Wir haben gleich eine Pressekonferenz, um für den Coach einen Suchaufruf zu starten! Wow, was für eine coole Stadt! Vielleicht sind andere Städte auch cool! Vielleicht gibt es eine ganze Welt zu entdecken! Außerhalb des Spiels! Mein Spiel! Spieltag! Leider ohne den Coach der Superstrikers! Uragiris Gegenspieler fehlt heute! Komm schon! Komm schon! Hack muss meine Nachricht gesehen haben! Habt jeden ihrer Züge im Blick! Wir müssen ihre Spielweise voraussehen, Mann! Hä? Ein ausverkauftes Spiel! Das Nakama-Stadion hat eine Kapazität von 70.000 Menschen! Aber die offizielle Besucherzahl liegt heute bei 69.999! Welcher Idiot wäre so verrückt, ein solches Spiel wie diese sausen zu lassen? Ich kann nicht glauben, dass ich mein Spiel vergessen habe! Wehe, sie haben es angefasst! Sie haben es angefasst! Und sie haben meinen Stand nicht gespeichert! Super-Stinker! Bitte, kontaktieren Sie so schnell wie möglich die Behörden! Danke! Das ist alles! Ich möchte nur meinem Freund Hack sagen, dass es mir leid tut, was passiert ist mit dem! Du weißt schon! Komm bitte schnell zurück! Ich habe das Spiel gespielt und denke, dass sie uns wirklich helfen! Sie haben es gehört! Die Super-Strikers sind verzweifelt vor ihrer entscheidenden Begegnung mit Nakama! Was für eine Chance haben die Männer in Rotenur ohne ihren geliebten Coach? Zeit, das Spiel zu spielen! Aber in echt! Nakama setzen Ihnen gehörig zu! Mal sehen, ob die Super-Strikers eine Antwort darauf haben! Ohne ihren Coach haben sie keine Ahnung, was sie erwartet! Ohne den Coach spielen wir blind, Käpt'n! Ohne den Coach spielen wir blind, Käpt'n! Ohne den Coach spielen wir blind, Käpt'n! Als würde man einem Kleinkind Süßigkeiten wegnehmen! Oh! Zwei zu null! Zwei null! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Ah, sorry! Ich bin schon weg! Nein, wappt sie! Ich hab's immer noch drauf, nach all den Jahren. Oh Mann, wir brauchen den Korb. Heck, da bist du wieder. Hey Jungs. Hallo, du verrückter Gaming-Junge. Heck, du kannst unser Coach sein. Du kannst uns verraten, was der Karma machen wird. Schau mal, du hast einen neuen verrückten Freund, Heck. Er hat die ganze Nacht gespielt. Shakes, Hack ist doch nur ein Kind, Mann. Ja, Mann, ich weiß, dass er der Meister ist. Aber nur im Spiel. Ich habe Super League 3000X gespielt. Glaub mir, Hack weiß alles, was es über Nakamas Taktik zu wissen gibt. Genauso wie der Coach. Denk dran, was der Coach gesagt hat. Inspiration kann von den unterschiedlichsten Orten kommen. Ah, damit liegst du hoffentlich richtig, Shakes. Also, was ihr wirklich wissen müsst, ist, dass Nakama seine verrückteste, komplexeste Taktik zurückhält. Bis es schwierig wird. Je härter ihr spielt, desto härter spielen sie. Junge, woher weißt du das alles? Es ist genauso wie in den Leveln von Super League 3000X. Denkt daran, wenn ihr in der zweiten Hälfte den Ausgleich holt, werden sie richtig reinhauen. Dann kommen sie mit dem Bushido Standard. Auf drei, eins, zwei, drei. Super Strikers! Elf. Zustand des Felds. Eddie Nakamura. 124 Schritte. 17 Prozent. Windgeschwindigkeit. Kenzo Honda. 22. Tempo. Freistoß-Erfolgsschoß. Aha! Gojiao! Linksfüßler. Mittelfeldspieler. Wir haben's! Was für ein Tor! Großartige Antwort nach der Halbzeit! Dieser Junge was? Was für ein Segen! Segen? Wie meinst du das? Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Schöne Leistung von den Männern in Rot! Yes! Wer ist dieser winzige Coach? Die Super Strikers wollen kämpfen? Dann gebe ich ihnen den Bushido Standard. Denkt nicht, dass ihr aufhören könnt, euch Sorgen zu machen. Nakama wird jetzt viel härter spielen und zwar mit einer Taktik, für die ihr hättet trainieren sollen, seitdem ihr in Japan angekommen seid. Also, was machen wir dann? Ha, ha, ha! Nun, im Prinzip ist es links, links, dann rechts, grün und gleichzeitig x-null. Ähm, okay. Kannst du das auch in unserer Sprache erklären? Links, links, dann rechts, grün und gleichzeitig x-null. Links, links, dann rechts, grün und gleichzeitig x-null. Twisting Tiger für einen Moment überspurzelt. Der Walne hat sich dem Tor der Strikers. Nakama ist im 16er gut aufgestellt. Könnte das für Nakama der entscheidende Moment sein? Mit diesem Zug haben die Super Strikers definitiv überrascht. mit einem guten Gegenplan hinten die Kontrolle. Nakama dringt schnell zurück! Auch wenn die Chancen gegen sie standen, haben die Super Strikers in der zweiten Hälfte gute Leistung gezeigt. Die Super Strikers haben gewonnen! Gewonnen, gewonnen! Wie ist das möglich? Juhu! Großartig gemacht, Kleiner! Haha, gut gemacht, Kleiner Broman! Danke, Heckmann! Du hast die Voraussetzungen, um ein guter Coach zu werden. Coach? Wo könnte er stecken? Hä? Haha, Coach! Worum alles in der Welt sind Sie gewesen? Der Bajido-Standard! Wie habt ihr eine Antwort drauf gefunden? Inspiration kann von den unterschiedlichsten Orten kommen! Hahaha! Ich bin endlich hier! Sie haben den Super Strikers Song als Klingelton! Der Super Strikers Song ist in Japan ganz oben in den Charts! Ich lasse den AB rangehen! Hier ist Coach! Sie wissen, was zu tun ist! Äh... Ihre Stimme ist auch sehr beliebt als, äh, AB-Grußwort! Äh! Höh! Hahaha! 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 Number 5! Hurra? Five Eggman! Ich bin schon gleich! ein Team! only SIM! Untertitelung des ZDF, 2020